hallo und herzlich willkommen zu suns of the forest was macht calvin denn da hinten wir haben ja beim letzten mal die höhle gesucht wo der 3d drucker ist und nicht gefunden wie sagt diese grünpunkte verschwinden aber ich habe hier aufnahmen und ich habe mal nachgeguckt und jetzt weiß ich so ungefähr wo sie ist aber das echt nämlich dass jetzt die grünpunkte verschwinden wie sagt da war ich ihm gerade kiste nämlich mit wodka irgendwo da jetzt dieser komische fluss gesagt ich war richtig mit diesem fluss guck mal da ist das golf card wenn da das golf card ist ist hier die höhle aber dieses mal bin ich schlauer stecken wir mal hier den kann ich jetzt einfach damit die ein bisschen stabiler ist da und ich habe da und gps sender ja wunderbar ich hoffe der speichert hat so haben wir jetzt die höhle markiert gehen wir mal hier rein sagt hier ist ja nix so wenn wir schon mal hier sind einmal speichern so die a hat die habe ich immer noch nicht abgelegt die sind voll und wir wollen die pfeile machen das hier wie gesagt könnt gerne meine kommentaren schreiben ob das überhaupt gut ist aber das war doch der vogel der uns k.o.gauen hat oder ist das eine frau in der zeit wo der da druck müssen wir einmal dass einmal dass draht klebeband batterie das draht klebeband das batterie jetzt haben wir gleich nichts mehr wir haben auch keine batterien mehr gleich na ach verkehrte kaste ich sag nachher mit den mutanten da können wir uns ja auch nachher eine rüstung draus machen ach so geht nicht haben wir eigentlich noch so eine 2 24 also fehlt uns dings aber speichern schnell mal wir haben jetzt mal 1 2 34 noch 1 2 3 4 6 stück kann ich doch noch mitnehmen jetzt nicht mehr ach ich kann es in der hand nehmen ok ehren sind voll aber wir haben es ja jetzt markiert also finden wir hier immer schneller her wie sagt dann braucht man sich das nicht immer merken ok wenn das hier schon so rum liegt nimmst mal mit wie sagt dann haben wir das jetzt auch gefunden denn gehen wir erstmal richtung heimat ich hoffe die hütte steht noch alles ich hoffe die hütte steht noch alles links darbums die gefunden der nicht abgestürzt ist der gelandet ist und nie wieder gestartet ist anscheinend nach dem weg bin ich ja schon mal lang gelaufen war da überhaupt mal was naja nicht lang gelaufen probieren wir mal die kann man anscheinend essen die da nicht so dann kommen wir hier wieder nach hause ok ok das speichert der ok so kann ich jetzt ok muss ich dazu wieder stöcke reinlegen machen wir mal stecker rein hallo ok wir wollen ja auch sehen wenn wir besuch bekommen so können wir gleich mal ein paar stecker sammeln keine nicht wir haben ja jetzt nur eingemacht das ist so den haben wir ok den haben wir den haben wir im das ist das ist es ist es ist es ist ich Den kann ich nur anzünden, hier kann noch einer hin Wartet man, ich kann ja jetzt immer schnell die tür aufmachen Dann brauche ich jetzt noch mal drei Drei Zünd mal an die Budi Das Feuerchen Dann hoffen wir bloß mal, dass Kellner da nicht wieder rein rennt Und Feuer fängt Wir haben ja eigentlich auch Gut Stoff Ich glaube, wir werden in drinnen mal ein paar Fackeln machen Fürs Gebäude könnten wir Ähm Wann hat das Buch? Ich denke Warte Warte Machen wir hier Auch wie weit scheint denn das Ding Ich muss mal sagen Hier eine Hier Da ein Mh 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 Da geht das auch. Da machen wir hier noch zwei hin. Gucken wir mal, ob das so ein bisschen auf eine höhe ist, sagt da müssen wir so. Kommt da schon wieder einer? Machen wir hier schon mal? So. Den gibt... Da ein. So. Ach so, hat er, stimmt. Ach, nicht doofy. Da kann ich jetzt kein Platz ziehen. Naja, das lassen wir mal. Stecken wir den einfach mal hier rein. So. Stämme sind leer, aber wir könnten... Äh, Stöcke. Äh, Steine. Das sieht doch schick aus. Äh, wo ist er denn am hellsten? Natürlich vielleicht. Also, das ist ein Stein. Machen wir mal hier ein paar Stuppen weg. Wie gesagt, ich hoffe der... GPS-Sender wird gespeichert. Wenn wir hier mal ein paar Stuppen... Wartet mal. Wartet mal. Wir müssen mal was gucken. Vielen Dank. Oder machen wir mal... Können wir? Ne. Ich dachte eben... Eben... Ähm... Wart man den hier auf dem Stamm machen könnte, das Lager... Wär auch was. So, dass wir erstmal alle Stuppen hier von... Uns in der Nähe weg haben. Ach, das ist doch jetzt schön... Schön hell hier. Gut, wenn wir hier nachher noch die Mauer lang richten... Ähm... Seile... Ich sag, wir müssen mal gucken... Glaub ich, hier hatte ich nur Essen. Was wir das da noch zu kriegen... Denn hier weiter kommen... Vielleicht noch ein paar Batterien. Könnten wir die Rüstung komplett machen? Beobachtungston... Beobachtungston... Können wir hier nicht hinstellen? Okay. Aber wie gesagt, das können wir selbst bauen. Bauen wir bloß so eine Rampe. Die sind noch nicht gut, glaube ich. Und dann hat er schöne Fackeln hier... Hier außen ran... Wollte ihm sagen, zoomt hier einer? Ja... Ja, denn da nachher noch... Wartet mal... Eigentlich... Oh... Da... 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 Ja... Da... Ja... Ne... Ja... Ne... Da... 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 Okay... Jetzt wird wieder... Calvin schläft... Da... Was? Sie ist das? Ja... Das sieht doch jetzt langsam gemütlich aus... ich könnte man hier nachher noch so ein schönes feuerchen machen wie sagt und oben drauf denn nachher der wohnbereich sagen was so dass ich hier so gar kein wasser gibt mir mal steckchen dann brauchen wir mal ein stein das wird hier nicht gleich wieder um rennen was macht man das steinchen sind ihren stein stein noch ein stein und dann hat hier immer so ein bisschen leuchtet sonst würdest du hier gar nicht mehr finden sagt denn kann ich das nachher von könnte vielleicht gehen steinchen so dann den hier da einen rein da ein hin da haben wir schon wieder keine steine mehr nachher sind schildste und hat kräuter so dass er gar nicht wird ich dachte wer sie nach der läuft bestimmt da an die pika rein und denn auch mit das da erst mal fertig kevin wir haben besucht ein steinchen so jetzt ist mal gucken da Sag ich doch. Hast du Aua? Aber nicht wieder da reinlaufen. Hallo? Die Tür ist zu. Könntest du mal aufhören, Calvin? Vielen Dank. Äh? Wo ist denn der hin? Hallo? Gucken wir mal von oben. Ob wir jemanden sehen? Da ist er. Hm. Du hast Hunger. Rottet. Da hinten ist noch irgendwas. Was? Ach, das ist bestimmt ein Hirsch oder so. Hm. Ich denke, wir müssen hier irgendwas bauen, damit wir oben langlaufen können. Wie hat er das gemacht? Hä? Äh? Äh? Wie ist der da rüber gesprungen? Ach, der Stein bestimmt. Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Die Mauer. Aber in diesem Sinne sage ich recht herzlichen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen und ich freue mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder vorbeischaut. Bis danni!